Twitch-Chat, dass du Internet disconnected hattest. Ja, ja. Ich bin auch auf dem Weg zurück. Ich gehe jetzt auch gleich wieder online. So, zack. Refreshe aber mal kurz den Chat. Refreshe aber mal kurz den Chat. So. Hey Christoph, denkst du, ich kann unbesorgt die Death-Rish-Maske nutzen oder soll ich es besser nicht machen? Uff, wenn du willst, kannst du es machen. Mir ist es egal. Muss halt nur damit rechnen, dass jemand fragt, warum dir die Death-Rish-Maske hast, obwohl du die heiß sonnig hast. Ja gut, kann ich ja irgendwie Stress vom Overkill kriegen oder so. Nö, Overkill macht ja nichts. So, ich bin, glaube ich, wieder online. Ja. Keine Ahnung, was los war. Mein Internet oder Unity Media dachte, ach, ärgern wir mal in Christoph und machen das Internet mal eben weg. Die Wichser. Ähm, jetzt muss ich eben kurz da alles hier zurechtdingseln. So. So. Pop-out. So Äh, Chat So, Internet Disconnect Wunderbar Ne, ne, ist alles gut Hast du wieder Probleme? Achso Wollte schon sagen, ey Sonst hätte ich ja sofort bei Unity Media gerufen Die können zwar jetzt auch aus Die können jetzt auf Anhieb sowieso auch nichts machen Aber hauptsache ein bisschen Terror geschoben, ne? Ja, genau Ich gehöre zu den Leuten, die rufen da so lange an, bis es richtig funktioniert wieder So, dann mach ich die Lobby nochmal zu und mach die nochmal neu auf So Ja, tut mir leid, aber da kann ich jetzt wirklich nichts für Aber zum Glück ist das nicht passiert, als wir das Achievement fast geschafft haben So, Watch Dogs Also beide bitte das große Schwert Und dann tötet er damit die Schilde, die da rumlaufen So, dich einmal und dich einmal Alles klar Ich weiß, Lars, aber das ist als Streamer immer sehr unangenehm, wenn sowas passiert Auch wenn man selbst ja nichts dafür kann Zumindest ist es mir, ist es mir unangenehm Wobei ich auch gerne neue Zuschauer binden würde und wenn dann der Stream immer, wenn der Stream weggeht Sprich jetzt zwar nicht für die Qualität des Streamers, aber es ist trotzdem schlecht Ähm Ähm, Leica Also Mario Du musst dieses große Schwert nehmen, nicht Katana Du hast es nicht? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ihr habt es Ähm, Mond, Mond Ja gut, okay Dann äh Dann könnte Steven sich zumindest das Achievement schon mal holen Ja gut Okay, listen to me When those doors open You better be ready to get out They've got the wagon circled out there Ready up for war Hold them back I'm looking for an escape driver as we speak Sind noch Schilder da? Yo, hol sie dir Okay, zwei Stück hab ich glaub, schau mal 0-2? Ja, der Dragon hat alle aufgerissen Achso Na Little shit Habt einer einen Sperr, dann könnt ihr den auch mit dem Sperr töten Ist auch ein Achievement Achso 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 Okay, da ist ein Schilder 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 Wie kommt es wieder runter? Ich 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 Hab die Ich Nein Das war mir die Munition ausgegangen Das war mir die Munition ausgegangen Achtung! Das stimmt Lars, das stimmt. Und Shen guckt gerade die Rocket Beans. Almost daily. Wollen wir das 2-Wand denn aufstehen? Wollen wir das 2-Wand denn aufstehen? Wollen wir das 2-Wand denn aufstehen? Oh, da ist der LKW explodiert. Bulldozer? Nein, kein Bulldozer mehr. Das ist Attacking the Bags? Ich hab uns einen geholt. Nein, ich bin down. Ich hab einen Zeitschall aber irgendwie scheitert mich nicht zu hören. Kann das sein? E oder 4. Hallo? Hallo? Kann ich hören oder nicht? Ja, jetzt hör ich dich. Ich quatsch mir die ganze Zeit einen Wolfen und frag mir einen ab und ich krieg keine Antwort. Alles klar. Dann mach mal 4. Vielleicht muss ich dafür auch hinhocken. Ja, genau. Ne, da nicht. Also da hinten dort! Pop's! Boah! Ich hab einen geflogen die Hände geschenkt. Ich hab Lindsey da hinten so richtig geschnitten. Ich hab einen Nies hier schissen. Gut im weg. Im G3 hat Ken odeier von unter drinnen verzählt. Da haben wir einfach in den Semmer geschossen. Das war's! Das war's! Das war's closer than I'd like, people! Now get back on your feet! You've got work to do! Oh, shit, it's a slow car! I'm going to get back on your feet! Okay, there are two shields. I'm going to go now. At least three more! Beautiful! We just need four! Please throwbacks! Someone comes up! I think if you're black and white, you'll need a Arzt-Tasche, right? Nope. And I'll give you two shields. Or maybe not. Hey! Hey! Follow my lead! Ah, come on, next day can I do it again. I'll do it again. Oh, shit! I'll do it again! Drop the fucking weapon! Hands down! Drop the fucking weapon! It's heat! Oh, fuck. Just hit that. Take it again! Oh, I'll do it again. Oh, wait! Oh, wait! You're going to kill me. Oh, wait! Oh, wait! Oh, wait! Oh, wait! Oh, wait! Oh, wait! Ich glaube, ich habe beide. Oh, und mich hat den Klo gekämpft. Ich weiß nicht, ich habe den Klo gekämpft. Ich bin nicht der Taser. Okay, es ist schwarz-weiß und... Das ist kein Problem. Ich glaube, ich bin im Knast. Ja. Wo ist ein Dragan? Hilf mir mal hoch, Dragan. Hat die Zunge wieder hoch? Kannst du das doch? Ja. Keine Zunge wieder hoch. Schau auf mich, schau auf dich! Ah, das ist gut! Jetzt machen wir einen Geld hier! Oh, nein! Das sind mehr als vier. TECKo wird mir gebrochen. Ok, lass es runtergehen, versuch den Fluchtwagen zu kriegen. So, runter, 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 runter. Hier sind ganz viele Schilder übrigens. Ja gut, da kannst du ihnen natürlich auch was finden, wenn wir dich nur umleben. Komm, 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 komm! Ja wunderbar. Hier kommt der Klocker nochmal, die ist auch nur gesprungen. Ja. Hat er dich erwischt? Ja, ja. Die MGs haben müssen echt mal ein bisschen was machen. Wenn man zwei Wände hat, dass man da nicht durchkücken kann. Und jetzt kommt der Klocker. Und jetzt kommt der Klocker. Ok, du gehst nach dem Hark. Wie wir planen. Ich werde den Koch aus dem Bezug. Du musst ein Hector in der Bezug auf den Bezug zu kommen. Wenn du da bist, dann kommt der Koch auf dem Bezug und der Bezug auf den Bezug. Drei die Bezug auf den Bezug. Drei die Bezug auf den Bezug auf den Bezug. Aber ich werde den Bezug auf den Bezug auf den Bezug auf den Bezug. So, ich hol schon mal das Boot ran. Ja, alle da rein. Ah, gut, dass man sie auch dahin droppen kann. Ich total verpeile. Das ist ein Schild. Ja. Ja. Ah, da hinten. Okay, der Fazio hat irgendwie falsch angehört. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Hast du das Schild? Nee! Jetzt! Ja! 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 hier ist wieder ein Schild hier ist noch ein Schild oh Mann, was kommt's okay, hab's was ist das andere? das war ja drüben bei mir irgendwo ja bist du nicht voll um? ja, ich bin da da ist ein Schild nee, das ist hier Ritterkampf, Alter, ohne Witz ja, das war Giro, nee, das war Giro ein Blatt in das blöde Boot nimm mal ne Arztasche zwischendurch mal wo den Ding? Dock 7, okay, da war man holen wir in, Dock 7 all right, I'm here get the box over here give him hell ja, jetzt kannst du erstmal wieder zurücklegen das Boot ist gerade wieder weg oh, ich habe einen Klop ein Giro oh, hier ist ein Schild oh, hier sind ein paar Schilder oh, ich muss aber das erste mal Medic backholen Siehst du, schwarz-weiß? ich hatte eh einen schwarz-weiß oh, du sollst so Medic nehmen ja, ich habe ja nur zwei Medic-Taschen dabei, deswegen ich hätte ja was oben drin jo okay, wo sind die Schilder? äh, die waren irgendwo hier eins hier sind noch zwei Moment, ich muss erst mal was gemacht werden oh, da sind drei oh, da sind drei Ohren, hinter dir ist auch noch eins Ok, ich falle um, jetzt wahrscheinlich kämpfe ich an den Jelfirm, doch nicht. Das rennt weg. Jetzt bin ich eindeutig. Jetzt müsstest du aber bald mal alle Schilder haben. Ja, ein paar Hüfte könnte gut sein. Jetzt sind ja um drin, der Herr Rummelicht bei mir. Ja, da rummelicht. Hier ist ein Schild. Wo? Da war ein Schild. Kannst du es sehen? Jiro hat es gekillt. Wo ist ein Schild? Hier. 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 Hier kann ich auch nicht. Ok, jetzt kriege ich wieder. Ok, da kann ich gehen. Gut. Oh, aber immer noch keiner zu gehen. Oh, ich geh mal eben das Boot befüllen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. So, ein Schild? Jetzt sehe ich schwarz, weiß. Jetzt muss ich drum kümmern. Okay, weg! Ja! Okay, weg! Ja! Okay! Okay, weg! Ja! Okay! Oh! 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 Das war mein Pistol-Messar hier! Hey, die können die Backbrake! Oh, ich fall um! Oh, ja! Ja! Komm, ich komm! Ah, da ist ein Bulldozer, das ist halt! Ich hab was für euch! Ich hab noch was für euch! Das war's für euch! Okay! Ja, das war's! Okay! Das war's für euch! 2,4,3 Klocke Wo ist ein Schild rein? Oh, ein Bullnusser Da ist das Schild, hier sind zwei Schilder hinter dir Irgendjemand Ich muss erstmal hier weg, ich krieg die ganze Zeit zu krass, oh fuck, war kein Schild Jäger Hier ist auch noch ein Schild Hallo Sven Was macht er gerade? Watch Dogs Der Steven versucht gerade eine Chivalerie Maske zu kriegen Okay, ich falle um Ich kann bei der Schiff nicht passen Naja, du fällst nicht um, oder? Ich doch Achso, das war vorher noch mal aufgetankt Die Weak war richtig knapp, also kurz bevor ich gestern bin Hol dir das Schild Tiger Los Tiger Ah, hopp Wunderbar, gut dann Ich hab' den Scheiße Ich hab' den Scheiße Hier ist ein Spawnpunkt Sven, kann's reinkommen, ne? Jo, ich hab' nur die krasse Wechsel Okay Unterwegs Das Boden musste sankt wieder da sein Ja, da ist es Versankt, hab's auch gehört Und Sven disconnected Wat? Du hast auch nichts verpasst, ich hatte einmal einen heftigen Disconnect, als alles ausgegangen ist Der ist voll angepasst, dass er das Wasser, äh das Koks ins Wasser wirfst, ey Ich hab' den Scheiße Ich hab' den Scheiße Ich hab' den Scheiße Ich hab' den Scheiße Okay, wir können gehen Ich hab' den Scheiße Ich hab' den Scheiße Ich hab' den Scheiße Ja Soll ich nochmal die Lobby neu aufmachen? Ja Ja Ah, ich krieg' nen Tresor Den Dell ist safe Kann öffnen mal Oder hast du keinen Schlüssel? Ich hab' keine Bohrer So, sollen wir das direkt jetzt nochmal versuchen mit dem Nahkampf only? Traut ihr euch, oder sagt ihr ne lieber nicht? Joa Mir ist es egal, wie ihr wollt Joa, mir ist es egal Na gut, dann versuchen wir es nochmal So in weit Dich Dich Und dich Cool Mhhh Steuerung Ich bin aber nicht dabei Ich lass' dich raus Lass' dich raus Ich geh' schon wieder raus Ah, was ist denn hier los? der Mario ist auch raus hab ich das richtig verstanden? hier ist ein alt und da ist ein f4 bis morgen bis morgen tschau ah bis moin warte bis morgen Platz ist frei ich weiß auch nicht wieso bis morgen ich hab morgen vor nicht unbedingt zu streamen das ist allgemeine höflichkeit na ok das stimmt auch um ich fahr mal kurz den Kumpel, ob der das machen möchte dann können wir das jetzt schief, wenn ich nicht machen, dann machen wir was anderes, aber ist auch egal Habt ihr das mit diesen April-Sounds mitbekommen? Nein April-Sounds? Ja, die haben so ein paar Scherz-Sounds eingefüllt Ich hab das Spiel dreimal deinstalliert und installiert Ja, bist du wohl voll auf den Leim gegangen Jo, also Nein, komplikant nicht Jo, ist okay dann, dann springen wir zu dritt weiter Jo Dann können wir es jetzt trotzdem versuchen mit dem Achievement, oder? Können wir es versuchen? Obwohl zu dritt ist, glaub ich, ziemlich heftig, oder? Ja, stimmt Ich gehst doch alles heftig Na gut, dann machen wir es nochmal, komm Okay, geht's rum Katana raus A invite friends Wollen möchte ich denn Sven? Aber ich glaub, so lange werd ich auch nicht mehr machen Ne, fängst du dann an zu schwächeln, Christoph? Ah, ich weiß nicht, ich will nachher vielleicht auch noch in der anderen Stream gucken Ich hab 17 Uhr angefangen, wir haben jetzt 19, 21 Uhr 14 Das sind jetzt vier Stunden ungefähr Wie schwierig denn? Nimm mal die Maske ab Ach, Bodhi Ja, das ist so, wie wir den Medik rein nennen, ne? Okay Wenn ihr soweit seid Musst du kurz was gucken? Mhm Müsst du noch kurz noch was zu resetten? Also wir machen das wieder mit dem Erfolg, richtig? Ja Ich überleg, ob ich da nicht den Techniker dazu nehmen soll, damit ich die Taser abwehren kann Okay Jo, ist ich ja bereit Hast du den Ace Inspire drin? Jo Gut Lars schon Lars? Ja Lars Lars meinst Sandy? Ne, Lars, out Lars Was? 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 Okay Ich bin fertig Dann Toi 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 Der wieviel der Anlauf ist das? Ich hab keine Ahnung Wir werden sie auch so schnell nicht schaffen Wir werden sie auch so schnell nicht schaffen So, ich hab auch noch die Doktor-Bag So, ich hab auch noch die Doktor-Bag Nur Shannon Christoph darf ich mich Out Lars nennen So, dann verballer ich jetzt direkt erstmal das erste Magazin Ich bin das scheiße 4 Ja Geh auf Ich bin das scheiße 4 Ja Nehm auf Ich bin das scheiße 4 Ja Nehm auf Das Radar ist hier drüben. Sieh. Oh, ne Felser. Was mir gerade einfällt. Eigentlich hätte ich dieses Achievement-Bereich jetzt auch wachen können. Ja. Nein! Ich habe einen Taser erschossen. Sauber. Oh. Und das trotzdem versuchen. Ja. Wie hat eigentlich X-Forward? Äh, X-Forward? Keine Ahnung wie er das geschafft. Kenn die den? Der Gentleman Bad ist. Eine Ahnung. Weiß ich nicht. Kenn den nur als X-Forward. Hat knapp 600 Abonnenten. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ich versuche in der Zeit mal meine Waffe leer zu schießen. Ich habe mal so eine Frage, zählt eigentlich eine Säge als eine Mili-Weapon oder als Primary-Weapon? Das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage, was? Ja. Ich werde nämlich gleich echt seit Sekundern Primärwaffen noch mit einem Bogen oder so. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich weiß nicht, sollen wir es lieber nochmal neu starten oder sollen wir es versuchen? Lass mal versuchen. Vielleicht zählt es auch, wenn man einmal jemanden bittet, nicht so. Ich weiß eigentlich viel Dragan, der hat aber schon schon Leute umgebracht, oder? Ah, Bots zählen nicht. Du kannst aber bei Tabula Rasa den Bot dabei haben. jetzt macht weiter weiter lass den bulldozer in ruhe du hast eigentlich schon von der rief hier im hardcore gehört? hardcore henry ja das ist der baut hier darauf auf ok ist es gut den scanner wir suchen jetzt den scanner ich lege wir sind beide weg war nicht auch nicht ach so ich habe drinnen hier das wieder aufstehen bei 35 prozentiger chance ja 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 Nee, der auch nicht, der auch nicht. Was ist denn dieser Wissenschaftler, den wir noch brauchen? Ja, okay. Letzter Versuch, würde ich sagen. Dann lassen wir es erst mal. Aber ich muss erst noch andere Waffen mitnehmen. Ein Bogen, ein Bogen und was haben wir da? Ein Sekundär, was kaum Schaden macht. Ich bin mal weg, ne? Also... Du bist raus? Ja, also nur für so eine halbe Stunde bin ich mal weg, so. Ja, mal gucken, ob ich da noch da bin, wenn du zurück bist. Lass dich überraschen. Alles klar. Komm mal zu, ne? Ja, tschau. Tschau, tschau. Sven, sollen wir zwei es dann versuchen oder sollen wir es lieber lassen? Zu zweit? Lassen wir es lieber. Das ist doch wahnsinnig. Das ist für deine Verhältnisse. Ja. Okay, dann machen wir zwei... Möchtest du was anderes dann spielen? Ähm... Oh... Ähm... Oder der Chat darf es sich aussuchen. Der Chat darf... Der Chat darf es sich aussuchen. Ja. Oder möchtest du einen bestimmten Heiß sehen, Schatzi? Nein? Sie isst da ganz genüsslich ihren Landliebefrucht auf Joghurt. Was ist das? Ist das noch der... Hä? Wo war der denn noch? Was? Da war noch einer übrig, verdammt! Nightclub, sagt der Lars. Was möchtest du denn für ein Nightclub haben, Lars? Auf normal! Das wird mal angenehm. So, dann nehmen wir mal das Equipment dafür raus. Stimmt. Deathfish natürlich, oder Overkill? Deathfish, hallo? Ah, Deathfish natürlich auch. Damage... Dann hoffen wir mal, dass wir keine... Ähm... Willst du mal reinkommen, damit du... Ja, erstmal das, damit du Chains kriegst? Ja. Und das dir das egal gerade. Na okay, damit hat sich die Frage erledigt. Ah, schon viel angenehmer. Ja, mit den Kameras Nightclub ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Dann soll ich so den Auftrag vielleicht mal kaufen, ne? Mhm. Das wird so eine Idee. Will that. So, du geh in, und du findest ihn sicher. Und... Oh, ja. Äh, Bad Music brauchen wir da. Und den nehmen wir auch nicht. So... Wir haben Camps. Yo. Das wird schwierig. Alter, wie der hier abgeht. Okay, der Eingang ist bewacht. Es ist keine Türen, das heißt, da ist nichts. Hey, Guards, stay quiet. Hm. Die Tür, die Kamera nervt da. Wie, die guckt in die Kamera? Die guckt hier rüber zur Tür, aber ich glaube, die hat so einen weiten Schwenkler, die das sieht. Oh nein! Oh, ich hab vollkommen vergessen, die Steuerung umzustellen. Ja, das fällt mir auch gerade ein. Oh. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ey, nö. Boah. Boah. Alter. Das hätte er aber gesehen. Der hätte die Kamera gesehen. Ja? Ja. Ach, scheiße. Ich stehe erstmal neben die Steuerung. Ich auch. Alter. Warte mal. So. So. Und mal. Tak, tak, so. Das war ein ziemlicher Griff ins Klo. Ach, da hast du. Du kannst ja nichts für. Das Problem war, dass wir die Steuerung nicht umgestellt hatten. Dann ist das Problem dabei. Ich muss das mal bei MacBettest angucken, wie die das gemacht haben. Und wieder Kameras. Hey. So. 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 Wooh. So. Hier ist eine Tür. What. Verstehen die Yo auch nicht. Im Pokarum ist nur der einziger. Ach ne, doch nicht, da ist nur eine Wache. ok hat er eine keycard wenn du ihn fesselst ok ok fertig 321 go ach achten da kommen zwei wachen alles klar kommt er raus die kamera hängt hinten in der ecke wieder drin siehst du wie sie guckt? na sie guckt wieder zur Tür hier rüber schlug den mal eben was? was war das denn jetzt? hä? die kamera ist ja sofort eingeschwungen die hat hier irgendwas gesehen die sind aber alle sofort ha aufgeschreckt ja ich scheide einfach durchdrunde das war aber sofort eine eskalationsstufe die sie ihres leichen gesucht hatte die das escalated quick die die ok da ist aber ein bisschen üben ich schaff das jetzt noch ne egal ob mit kameras oder ohne er muss das ist ja wohl eine standard mission ja das haben wir ja damals einen schlaf gemacht zusammen ok keine kameras diesmal ja das war schon mal boardshot jede stunde ist happy hour jede stunde ist happy hour hier ist keine tür hier das ist doch ein komischer spiegel ok ich mach mal hier die tür immer auf mhm kommt der rein? ja hat der da schon ne key card gedruckt? ne die tonne hier auf ne ok warte machen wir es anders da kommt glaube ich rein? nee ja kommt rein muss maske aufziehen ja perfekt ah key card perfekt fertig oh ja warte ja 3 2 1 go nice nice ok ok you found it now drill that safe it's probably full cash bohrer läuft oben ist auch alles frei und da ist auch der zweite zesor ach soll ich erstmal warten bis nö mach ruhig drehen auf ok dann müssen sie sich jetzt ausrufen ob sie runter gehen und zu dir hoch kommen mhm Leute ihr müsst das safe open ach ja ich hab keine Lust morgen arbeiten zu gehen Sven ja ich hab keinen Bock in die Schule zu gehen Christoph, sag mal hallo ist denn wieder soweit? ne ist nicht anders, jo ach hat es jetzt einfach so eine Woche Ferien oder wie? also Urlaub ne ne ich müsste ja Urlaubsantrag stellen jetzt aber hab ich keine Lust drauf ok ach so stimmt ja ich bin eigentlich sehr sparsam ich versuche sehr sparsam mit meinen Urlaubstagen zu sein ja heras 90 ich grüße dich ganz herzlich willkommen in meinem Livestream die Leute ihr müsst das safe open es ist ein Guard, steh alert Guard, steh zurück Guard, zurück das ist die letzte Wache? also bis auf die vor der Tür aber ne ich glaub hinten im Pokeraum steht noch einer rum ne der war eigentlich unbewacht glaub ich da waren einfach nur zwei Zivis ja mhm mhm oder? ne die sind alleine ich bin immer ganz weg ne ich geh mit dem Kumpel skypen viel Spass jo ciao ne viel Spaß noch beim Streamen jo jo user disconnected from your channel ja das war jetzt aber der Lars oder? was? war es jetzt der Lars oder der Steve? der Steve der Steve der Steven 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 Lars ist hier gar nicht drin ja war uns alles gut ja der Steve der Steve der Steve der Steve ist denn wo Geldrouter? nein oh ich meine hier gerade was gesehen zu haben also sind Zivilisten die in die Küche gehen wat? ne ich dachte hier läuft ne Wache in den Keller aber das war ein Zivilisten in der Küche ja wir können eigentlich auch die Küche ein bisschen aufräumen oder? ne lass mal ok so lange wir können ja außen rum laufen die oben wenn wir durch müssen machen wir ECM Rush ach ja heute Nacht ist ja Wrestlemania ne? was? wirklich? ja heute Nacht oh hm wie lange fangen die an? 2 ok was? hab ich ja vollkommen verplant wer kämpft denn als war das überhaupt? es fehlen noch voll viele zu wissen ja ja h h h gegen Roman Reigns um den Titel Brock Lesnar gegen Dean Ambrose in einem Streetfight Wat gegen Dean? Warum das denn? Ja weil Bray Wyatt irgendwas mit dem Rücken hat Aber die vermuten, also es wird vermutet, dass die White Family irgendwie in den Kampf eingreift um die Fehler dann aufzubauen Und dann ist natürlich noch Hell in a Cell Undertaker gegen Shane McMahon Gegen Shane McMahon? Ey die müssen echt wenig Personalmoment haben Soll ich dir was ganz ehrlich sagen, ich geh sogar davon aus, dass der Shane McMahon gewinnt Das wär aber echt peinlich Weil dann kannst du die Storyline zwischen Vince und Shane weiterführen Sonst wär die jetzt sofort zu Ende Hm, ja stimmt eigentlich Aber trotzdem Ach das ist aber schon Ist ja schon bisschen peinlich, komm Wenn er einfach so Shane gegen Undertaker gewinnt Und das so in Hell in a Cell Das Markenmatch und Undertaker Und wir rechnen auch damit, dass John Cena irgendwie in den Kampf eingreift Weil dann Weil dann Kann Shane Ne Dann kann Cena auf den Undertaker beim Summerslam treffen Das war jetzt eigentlich jetzt schon für diese diesjährige Wrestlemania Hm Äh Äh Geplant gewesen, aber Cena war ja verletzt dann Und die WWE Die ist es ja so, sogar technisch, dass die WWE sind ja so viele verletzt Die WWE ist langweilig geworden seitdem es nicht mehr die Attitude Era gibt Hm Die hab ich leider verpasst Die war cool, das war so meine Hochzeit So 2000, da hab ich das am meisten geguckt Ich wiederhole es immer gerne wieder Ich hatte 35 VHS Kassetten aufgenommen Und ich will immer noch mal live zu Wrestlemania Boah das wär Boah das wär echt geil dabei zu sein Aber generell wenn die auch mal so nach Deutschland kommen Hab ich auch schon mal gesehen live Ja? Ja die waren mal in 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 Oberhausen Das coole ist der Undertaker war auch da Hä War ganz cool Na glaub ich dir Das war gerade in der Zeit wo Äh Eddie Guerrero Champion war Eddie Guerrero? Ja Boah das muss ja so lange her sein Ist auch schon lange her, da war ich noch in der Schule Hm Und da hatte Das war grad die Phase Warte mal Da kam grad Paul Barra einmal wieder zurück Als Manager vom Undertaker Ja klar Da hatten die Dudley Boys den grad entführt Okay die Dudley Boys sagen den glaub ich jetzt grad nichts Die sind Na die sind ja auch wieder da jetzt Ach so Na okay das letzte Mal ist ich Wrestlemania geguckt Äh Quatsch Wrestlemania 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 geguckt hab Ist schon wieder nur weich denn her Müsste ich eigentlich mal wieder reinschalten Guckst du Äh Sport1 oder Tele5 Oder du suchst die Streams aus dem Internet raus Ja Sport1 war ja Smackdown und Tele5 war Raw oder? Ja Na beide ist wahrscheinlich Oder du holst dir das Network für 9,99 Hm Das WWE Network für 9,99 Aber dann sind ja auch nur halt die normal Chancen nicht so was wie Oder? Doch da ist alles mit dabei du hast sogar Zugriff auf das umfassende Video Archiv auch von der WCW noch Und Wrestlemania Events zum Beispiel? Ist auch ein Event dabei Was für Szene? Wenn du es jetzt gebucht hättest könntest du sogar diesen Monat kostenlos gucken und Wrestlemania umsonst gucken Boah 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 Scheiße Das lohnt sich für mich aber nicht da ich das viel zu wenig gucke Ich lese eigentlich immer nur die Ergebnisse Guck mal Videos bei YouTube an Die von WWE hochgestellt wurden Was ich machen werde ist Ich werde mir wahrscheinlich morgen Wrestlemania ein bisschen angucken Zumindest 1-2 Kämpfe Habe ich sie eigentlich schon längst durch mit dem Auftrag oder? Achso schon Den müssen wir erwarten Wäre ja schon gewundert was wir die ganze Zeit machen Könnt sogar hinten rum raus Nice Sehr angenehm Sehr sehr angenehm Sehr sehr angenehm Pöck Ich habe einen Speer einschlagen gehört Ich habe einen Speer einschlagen gehört Ich habe einen Speer einschlagen gehört Jetzt darf der Chat sich noch einen Heist aussuchen Sag mal Christoph Hat das nicht mal irgendwie dein schlaues Rad? Ja das habe ich auch noch Okay Soll ich das Rad fragen? Ne frag erstmal die Zuschauer also wir warten erstmal Bier heißt sagt die Shannon Eine Brauerei überfallen mussten wir noch nicht Schade Oder eine Schnapsbrennerei Jetzt kann es ja bald in Famie 7 gehen Mhm Weit ist es hier soweit Ja Und dann hören wir erstmal wieder auf zu spielen Wir beide können eigentlich auch mal den neuen Heist spielen den Stealth heißt wenn du willst Klar Dann zeige ich dir den mal Gerne Alter was ist denn da los Der i7 Sentinel hat den Follower Button bei Twitch gedrückt Vielen Dank dafür Es zeigt mir zumindest dass dir ansatzweise gefällt was du hier siehst Und du gerne wieder kommen würdest wenn ich streame das freut mich Ich weiße aber Christoph macht den Stream bestimmt den Shannon heißt Hast du gelesen was Lars geschrieben hat? Ne Ich habe aber mit Shannon gesprochen Ich mache nach dem Stream den Shannon heißt Ich raub die Shannon aus Ja Ja So bis 10 mache ich noch und dann höre ich auf Dann müssen wir was essen Jo Okay also wir können direkt noch ein Achievement versuchen wenn du willst Ja kennst mich doch gerne Okay 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 dann gehen wir erstmal rein ich zeig dir das erstmal ein bisschen Also das Achievement baut darauf auf dass wir alle töten ohne ECMs und dann abhauen Also das ist auch übrigens ein Stealth-Only heißt Wie Shadow Raid Mhm Jetzt musst du mal gucken Hier auf den Zügen ist siehst du die Dinger die ich markiert habe Jo Das sind Drohnen Das sind mobile Kameras Das heißt wenn die hochfahren und noch rot leuchten sehen sie dich nicht Sobald sie weiß leuchten Äh erkennen sie dich Okay Und äh du kannst dich hier sehr gut unter Zügen verstecken Wir bräuchten theoretisch lass mich kurz überlegen Wir bräuchten entweder eine Thermalpaste Eine Torch Ähm hier so eine Ding womit du so ein Gitter durchbrennen kannst So eine Torchblow heißt es glaube ich auf englisch Eine Keycard Oder ein und 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 oder eine Und oder ähm eine Festplatte um den Server aufzuecken So dann gehen wir erstmal hier rein Das Schöne nämlich ist Du kannst anhand der Geräusche kannst du hören wo was ist Okay So die Thermalpaste steht zum Beispiel bei einem Arbeiter der grad sägt So Keine ECMs benutzen Oh Sache Ja Ja Ich geh grad mal hier unten rum Oh Um zu lauschen wo was sein könnte Hier ist der Server Hab ich So So Dann scheint der Rest oben zu sein Die Keycards werden markiert durch ein Radio Okay hörst du wenn du hier stehst Wo bist du denn? Dann hörst du schon wie einer mit dieser Torch arbeitet Mh Mhm Oh Da ist ne Wache Ja Jetzt müssen wir die Züge mit so nem Panel hier suchen Hier so sehen diese Panels aus Und wir müssen theoretisch nur die Bombe finden die wir grad eben abgeworfen haben Theoretisch Ja Oh Denny ist da So gehen wir mal hier rein Oh Hehehehe Okay Okay wir brauchen auf jeden Fall ne Keycard hab ich grad schon gesehen Okay Will da kommen auch ne Wache Ich bin schon unten drin Hey Hey check the guard Guard stay quiet Oh pass auf da oben ist ne Drohne Woop Also hier musst du auch immer wirklich ein Auge auf den Himmel haben Hm Also du musst sagen ich bin ja mal auf diesen Henry Film da gespannt Ich weiß nicht so ein Film nur in Ego Perspektive So hier hörst du jetzt zum Beispiel Hier kannst du dich jetzt super unter dem Zug verstecken Und dann kannst du da die Paste nehmen Hör Das ist doch Diebstahl Das ist doch Diebstahl Ach Pfff So Gucken wir mal hier Da ist ne Wache gerade Können wir die nicht theoretisch ausschreiben Ja Machen wir auch Alles gut, ich sehe nichts Ich bin eh Gib mir einen Moment hier Danke Jetzt wäre das Hox hat ganz cool Damit wir sehen könnt wie viele Wache wir noch haben Ich hab ja von jemanden gehört der nicht so auf Hox hat steht Ja ich auch Mhm Es gibt auch in Achievement in jeden Container so ne Leiche rein zu tun Und rate mal was ich schon hab Hehehe 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 So Haben wir hier kein Panel, das ist dann auch der Seite Da ist die Drohne gerade Wie? server kippen blowtorch alles ist hier oben oh look in the train ja ok hier oben wenn du die tafel anguckst da die der weiße da drüben da steht oben wo das zog wo blowtorch und so weiter ist und rechts steht bei notice wo die keycard zu finden ist die sind hier oben also irgendwo versteckt dann suche ich mal eben schnell hey ok hier irgendwo links von mir hier irgendwo also einmal auf die andere seite rüber und da kommt noch einer die drohne hat mich schon leicht erschrocken ok da war die drohne bei mir so wie viel zeit haben wir 23 sekunden ok das schaffen wir aber so mit dem ersten blick sieht eigentlich machbar aus ne ja und interessant ich finde das cool dass du so viele items da verwenden muss ich glaube ich kann es auch noch mal kurz lachen zu können Du bist mir auch einer, Christoph. Mensch, 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 Mensch. So. Ich gehe schon mal eben unten rein. Okay. Okay, hier habe ich schon mal mit der Paste. Hey, watch out, it's a guard. Hey. Soll ich ihn weghauen? Ja. Ich probiere mir jetzt eine Drohne. Dann haue ich den hier weg. Aber immer wie Smurkywater. Mhm. Okay, wo ist denn der nächste Mann? Okay, Dona bewegt sich über dir. Oh, wie es aussieht, kann man nicht auf dem Markt... ...kaputt machen. Die qualmt auf jeden Fall. Ja. Ich frage mich, ob man die kaputt... Warte, ich will die jetzt kaputt machen. Ich will wissen, was dann passiert. Also muss wahrscheinlich dafür fliegen. Bis aber da nicht der Alarm losgeht, wundert mich. Hm. Kommt drauf an, ob die explodiert oder ob die einfach nur runterfällt. Naja, weil die Drohne hat ja wohl Sensoren und eine Kamera anscheinend. Wenn da einfach so eine Drohne weg ist, dann würde ich nicht... Du bist durch den Laser durchgelaufen. Oh! Also du hast ja alles erwähnt, bis auf den Laser kriegst du. Ja. Ich dachte mir so... Oh, ich leuchte euch! Ich hatte gerade einen Herzausfall. Also... So... Ah, ich kann's ja gar nicht beschreiben. Ich stehe noch leicht unter Schock. Wir fangen es mal so. Ich wollte gerade Luft holen, um es zu sagen, aber da bist du schon losgelaufen. Oh, scheiße. Ein Aussetzer, genau. Mensch! Oh! Ich bin doch noch jung, hallo? Ja, Mann, 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 Mann. Das dachte ich mir auch gerade. Mann, 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 Mann. So, ich geh schon mal rein. Jetzt da kann nicht alles zu glatt laufen. Okay, hier unten hab ich schon meine Keycard. Da ist die Pasta. Ich höre sehr Musik. Ja, das ist das Radio hier unten bei mir. Oh. Ich hätte denn sowas im Radio zu dürfen? Okay, hier ist der Server. Oh. Ich töte dir unten schon mal eine Wache, ne? Ah, alles ist okay. Alles ist cool. Jo. Okay, wo ist die Tonne? Oh. So, ich pack den mal zur Seite. Versucht, ihn mal abzuschießen. Naja, ich lieber über einen Zug, oder? Ja. Wenn sie auf den Bull fliegen, dann... Ich weiß, die Wachen die noch sehen. Ja. Perfekt. Sind die Drohnen gerade gelandet? Jo. Äh, liegt auf dem Zug. Ich seh was, Penne. Oh, gut. Ich war nur am Sonntag und habe mich für eine Minute verloren verloren. Aber es wird wieder nicht passieren. Was hast du mit einer Pizza? Was? Du hast mir schon bei mir zweimal irgendwas mit einer Pizza erzählt. Also ich weiß dein Charakter. Kannst du den da hinten einpacken einmal? Mhm. So. So, jetzt gucken wir was wir hier haben. Was ist denn das? So, mal gucken wo wir hin müssen. Pass auf, wir sind auch wieder Laserschranken. Mhm. Si. Laserschranken oder eine Laserschranke? Laserbarriere. Okay. Okay, da oben müssen wir wieder zurück zum Spawn. Ah, die Drohnen scheinen wieder Luft zu sein. Die Qualmen, auf jeden Fall repariert die sich da oben jetzt? Ach komm. Ich denke, es ist vielleicht von all dem Acid, den ich heute Morgen verabschiede. Haha. Hattest du da bei dir noch einen Bombenpart gefunden? Äh, das war die Tür eigentlich, wo wir gerade drin waren. Okay. Hoppala. Ach so, da sind jetzt Waffen und so weiter drin. Boar Dose. Was ist das denn für eine Wehren? Eine Skaha? Das sind Heavy Eagles, glaube ich. Hm. Ja. Battle Rifle. Man kann Tyrodruck drüber springen. Ja. Hm. Ich würde mir ein bisschen zuerst kommen. Lass erstmal die Missionsteile sichern. Jo. Hat das hier gerade ne Drohnen oder so? Treffe ich die Drohne überhaupt? Hm. Ich glaube, du kannst sie unbrauchbar machen, so wie das aussieht. Ja. 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 Ich hoffe, ich habe keine Pager-Mana. Ja. 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 Ich höre ihn. Ich höre ihn. Oh Gott. Jetzt spawnt er hier drin. Oh, wer kommt denn jetzt? Das ist der Dennis. Der Dennis. Der Dennis. Ja. Ja. Wir haben uns auch schon zusammengespielt. Ich versuche gerade einen Punkt zu finden, wo er spawnen kann. Du kannst oben drauf schießen dann. Wächt' du. Boah, Gott, bleib ruhig. Wächt' du. Bond. Oh Gott, bleib ruhig. Alter, das hast du knapp. Der DM, Looks like the EMP isn't in this train car. There could still be some valuable loot here. Either grab it now or come back for it later. Nah, super. Naja, wir können den Azen. Fertig gedrückt. Den Spielte denn? Was ist das in der Stimme? Das ist der Neue. Die Scheiße. Ok, dann gucken wir mal irgendwo das... Hier wäre es nicht gewesen. Ah, hier wäre noch was gewesen. Puff, Haft. Haft bisschen! Mhm. Ok, letzter Versuch. Dann war es das für heute. Ah, jetzt kläre ich. So wie es aussieht, war es für Sven schon der letzte Versuch. Was? Das gestört zum Katsch. Ja. 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 Ja, ich habe gerade das Spiel neu gestartet. Ah, so ja. Kommt ein bisschen spät. Soll ich dich einladen oder kommst du da selbst rein? Ich guck mal was man selbst soll. Ja. 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 Kannst rein. Die Frage ist, wenn die jetzt wieder hoch geht. Ob die dann wieder repariert ist. Okay, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo die Keycards sind. Hallo Stream. Hallo Yolo Studios 00. Herzlich willkommen zum Pt2 Stream. Auch wenn es jetzt wieder die Situation ist, ich folge denen ein paar Minuten auf und dann kommt ein neuer rein. Das ist immer so. So, die Drohnen sind erledigt. Ah, er hat die kaputte Drohne gesehen. Okay, die sehen die kaputten Drohnen auf jeden Fall. Dritter oder viel zu? Zweiter. Was? Zwei Pager erst. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, wo die Keycards rumhängen. Basement. Die sind unten. Das ist die Murky Station. Das ist von dem neuen Hardcore Henry heißt der Stealth Auftrag. Ah, da heißt ich sehe die Keycards. Jetzt. Kann ich runterkommen? Ja. Ja, geht schon. Oh, ist klar. Das ist jetzt der dritte. Ah, hier ist ne Festplatte. Ja, die hat der Ding schon. Achso, kannst du auch eine nehmen? Ah, perfekt. So, wo war jetzt das andere Bombenteil? Was ist hier drin? Ja. So, wo war jetzt das andere Bombenteil? Okay, zum Drop-Off. Okay, zum Drop-Off. Ich versuche regelmäßig zu streamen. Also inzwischen wieder. Früher war es nicht so, aber inzwischen ist es auch so, dass ich sehr spontan zwischendurch in der Woche auch mal streame. Das sind dann meistens so die Tage, wo ich dann mit meiner Random Lobby spiele. Also wenn wir den Erfolg machen möchten, dann müssen wir jede Wache killen? Ja. Nein, so schnell wie es geht wieder hochzulaufen. Ja. Okay. Deshalb wäre es glaube ich klüger, wenn wir unten erst alle immer töten. Hm. Wie viele sind da ungefähr? Ähm. Jetzt bräuchte man ein gewisses Tool, was ich eigentlich nicht mehr mag. Aber ich wette, das kann man irgendwo nachlesen, wie viele Wachen das sind. Hm. Ich versuche mal unten zu gucken, wie viele Wachen noch unten sind, ne? Ja. Der Hof muss eigentlich frei sein jetzt, oder? Naja, da können noch ein paar rumlaufen. Okay. Okay. Okay, da kommt eine Wache. Wie viele Pager hatten wir jetzt schon? Drei. Ah, ich sehe hier zwei und da ist noch einer. Drei. Okay. Hier unten sich eine Wache noch rumlaufen. Zwei noch. Zwei Wochen laufen die unten noch rum. Bei mir ist noch einer, ne ne bei Dennis. Da steht auch noch einer. Okay. Ja! Oh, das ist so schön! Das ist so schön. Das ist so schön. Ja! Ist jetzt geschehen. Alles klar. Okay, los geht's. Killt sie. Oh fuck, ich bin auf der falschen Seite. Also es geht auf jeden Fall. Ja, wir haben einen beschlossenen Fluchtpunkt gehabt. Yo. Gut, das war es jetzt aber auch für mich. Ich kling mich aus. Alles klar. Gut, dann wechsel ich mal die Ebene. Sven, wir würden nur noch, wenn wir uns nicht mehr sprechen, einen schönen Abend und schöne Schulzeit morgen. Oh ja, danke. Also jedenfalls eine schöne Arbeitszeit und den Zuschauern noch einen netten Abend. So, dann gehen wir mal in die Abschlussebene. Cam, gehst du an? Geht die jetzt mal an? Cam, gehst du an? Ja, sie geht an. Wunderbar. Mal eben schnell das richtige Lied raussuchen. Okay, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ja, ich... Machst du YouTube? Ja, ich mache YouTube. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht. Dein Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Und ja, danke fürs Zuschauen. Das war dann der, also der fünfte Payday 2 Only Livestream. Der wird natürlich auch schön bei YouTube hochgeladen. Ich werde auch ein bisschen ein paar Highlights rausschneiden. Das wird aber erst in den nächsten Tagen alles passieren, nicht morgen oder so. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Adios vonau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.